Meine Community, die daher Freunde, hat mir die Challenge gestellt, dass ich im Juni ein berühmtes Bild nachmalen soll. Ich persönlich bin im Malen gar nicht so gut, freue mich aber auf die Challenge. Und zwar habe ich mich dann natürlich losgemacht und habe mir eine Staffelei besorgt, alles was ich dafür brauche, ein paar Farben, Pinsel und so weiter. Und genau da stehen wir. Ich soll dieses Bild nachmalen. Mega Respekt davor. Mega Respekt davor. Mega Respekt davor. Ja, ihr kennt es, das Original. Aber dafür, dass ich eigentlich nie irgendwas male, finde ich es nicht so beschissen. Also ich finde, man sieht natürlich direkt einen Unterschied. Meiner ist zum Beispiel irgendwie so viel größer und breiter geworden, mein Nebelwanderer. Also ich glaube, so sieht man das auch noch mal ganz gut. Und mittlerweile ist da so viel Nebel, dass hinten die Berge deutlich weiter nochmal weg sind. Also diese Felsen, die da so hervorkommen, weil dazwischen ist auf jeden Fall deutlich mehr Platz bei den Beinen. Aber komm, für den allerersten Versuch, schreibt mal in die Kommentare, hätte es auch beschissener werden können. So, ich weiß. So, ich weiß. So. So. So.